Ihr habt jetzt einen quasi dritten Jungautor in der Runde gehabt. Welchen Tipp würdet ihr den Herrn Dr. Stoiber denn noch geben für sein Werk? Also ich fände, ich werde ihm nachher mal unsere Telefonnummer dalassen, dass er uns was fragen kann, weil gerade am Anfang tut man sich schon oft schwer und wir fördern gerne junge Talente. Das ist uns wichtig, das liegt uns am Herzen. Also kann er sich jederzeit bei uns melden, aber die Fragen sollte er einfach selber stellen, wo er dann Probleme hat. Und dürfen wir uns dann auf eine gemeinsame Tour freuen? Also wir rechnen fest damit. Das hätte schon was eigentlich. Also ich gehe jetzt fest davon aus. Nur die Frage, wer ist Vorprogramm und wer ist der Haupteck? Da könnte es Differenzen geben. Ich glaube, er könnte auch bei Querelen zwischen uns gut so ausgleichender Moderator spielen. Ach, er geht als Mediator mit. Ja, ja. Toll. Da können wir immer im Zug aufarbeiten, was sonst so passiert ist am Vorabend. Das machen wir. Wird schon mitmachen, oder? Hat ja nun mal so viel jetzt aktuell zum Toten.